Grüezi, geschätzter Kunde! Möchten Sie gerne, dass Ihre Mitarbeiter einen professionellen Auftritt und eine positive Wirkung bei Ihren Kunden haben? Sind Sie auch der Meinung, dass Kundenfreundlichkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen ist? Wenn ja, sind Sie bei Scharfer Training am richtigen Ort. In unserem Verkaufstraining lernen Ihre Mitarbeiter, wie sie eine positive Wirkung auf ihre Kunden haben, wie sie ihren Auftritt professionell gestalten können und vor allem, wie sie positiv und professionell auf eine Reklamation reagieren können und diese auch zur Zufriedenheit Ihrer Kunden bearbeiten. Mein Name ist Sabine Scharfer, ich bin seit Januar 2009 bei Scharfer Training dabei. Ich bin die Tochter von Christine Scharfer und mir macht das Training geben sehr viel Spass. Auch Ihre Mitarbeiter werden in unserem Training sehr viel Spass haben. Ich freue mich auf Sie!